Apropos Zuse, in der benachbarten Hochhauszeile Bonhoeffer Straße wird im Augenblick kräftig am künftigen Museum gearbeitet. Die ehemalige Ladenzahle ist komplett entfernt, Roharbeiten sind im Gange und das Dach wird in diesem Bereich erneuert. In den Umbau investiert die Hoyerswerder Wohnungsgesellschaft 3,8 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für 2015 geplant.